Und dann sind wir noch nicht durch mit unseren Gästen, die heute Abend haben. Ich glaube, sonst gibt es keine Events im Umkreis, wo irgendwo noch spielt, weil alle hier sind. Wir freuen uns und ich freue mich ganz besonders. Wir haben uns schon mal kurz kennengelernt bei so einem Videodreh und das war ganz witzig. Und da haben wir aber nicht echt gesungen gespielt, sondern wir haben so getan, als ob. Dieses Mal ist alles echt und vorhin beim Soundcheck haben uns schon alle die Gänsehaut dahin gerafft. Und wir freuen uns total, dass sie da ist. Ihr geht so weit irgendwo her, aus allem möglichen oder auch nicht. Und freut euch auf jeden Fall. Diana Schneider ist da. Ja, Hallo. Ich freue mich heute auch, dass wir heute dabei sein können. Das war mein erstes Mal bei Magic Moment. Ich muss sagen, bis jetzt war es wirklich Magic. Tolle Künstler. Und ja, ich freue mich auf das, was noch kommt heute Abend. Ich freue mich auch, Adapte. Ja, das... Ja, richtig. Bühne an Lambe, bitte kommen. Ich freue mich auch, Adapte. Ich freue mich auch, Adapte. Ich freue mich auch, Adapte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020